Moin sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 1. Wir sind immer noch dabei die Chromanien-Quest durchzuführen und werden uns jetzt zum See, beim, zum Angelsee aufmachen. Und dort soll irgendwo, wahrscheinlich auf der anderen Seite, gegenüberliegend von dem kleinen Angelplatz, ein weiteres Buch versteckt sein. Also, let's go! Wow, das lassen wir uns doch nicht entgehen, nicht wahr? Da gehen wir doch mal direkt gucken. Unterwegs, ihr kennt das, ne? Wenn ich eh schon unterwegs bin, dann... Schön, dass wir den Vogel ein letztes Mal nochmal hören. Wenn ich eh unterwegs bin, dann nehme ich halt mit, was geht, ne? Da wird nochmal sauber gemacht, was man sauber machen kann. Einfach nur damit, auch nachdem wir die Kolonie verlassen, hoffentlich irgendwann, wenn wir nicht drauf gehen, wer weiß. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß noch, wie Gothic 2 anfängt. Somit habe ich so eine grobe Idee, wie Gothic 1 endet. Und ihr wisst ja, dadurch, dass es ein Gothic 2 gibt, wo wir den gleichen Helden spielen, wird das schon irgendwie laufen. Guck mal hier. Da sind die Nasen noch. Sind die jetzt eigentlich aggro oder... oder nicht? Na? Ja, ja. Kann ich da mal vorbei. Scheint hinüber zu sein. Ach, guck mal, wie er wegkommt. Ja, ihr habt mich verarscht, Leute. Ihr habt mich verarscht. Hier geht diesmal auch direkt drauf, ne? Also hier ist nichts mehr. Ich wollte mich nur rächen. Die haben mich damals verarscht. Die haben es verdient. Hier ist auch Ende Gelände. Wer hätte gedacht, dass es im alten... ...im alten Lager so dann endet, oder? Ich muss das Game auf jeden Fall noch mal im alten Lager spielen. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt öfter mal replayen. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal mein Ocarina of Time ergänzen. Also ich spiele ja immer einmal im Jahr Ocarina of Time durch. Hatte ich ja letztes Jahr gestreamt, was echt geil war. Werden wir dieses Jahr definitiv wieder machen. Das hat so Gaudi gemacht, mit euch da eben ein paar Tagen Ocarina of Time durchzusuchten. So cool. Hatte zwar am Anfang ein bisschen technische Probleme mit dem... ...mit dem Citra-Emulator da. Da gab es irgendwie ein bisschen Texture-Problems. Das haben wir dann am Ende noch gelöst. Deswegen freue ich mich auf Runde 2, wo dann technisch hoffentlich alles 1A sein wird. Und das landet dann auch auf YouTube. Das Erste landete leider nicht auf YouTube und ist auch nicht mehr auf Twitch. Es ist somit für die Ewigkeit verloren gegangen. Und dabei gab es da echt ein paar Sternenmomente. Also ich habe diesen Wassertempel-Endboss, den habe ich so geil Wong gehittet. Das war unfassbar. Ich habe sein Auge einfach in eine Ecke eingeklemmt und habe ihn sofort platt gemacht. Das war... Da war ich sehr stolz drauf. Leider wird das die Nachwelt nicht mehr sehen. Es ist leider vorbei. Aber vielleicht schaffen wir es beim zweiten Mal ja wieder. Wer weiß. Wer weiß. So. Wir nähern uns jetzt der Angelstelle. Und hoffen das Beste. Ich glaube... Ich hoffe, wir sind da... Also ich muss gestehen, ich hätte sonst keine Idee mehr. Ich würde dann sonst wahrscheinlich... Im Sumpf... Da ist auch noch dieses eine Haus. Wenn ihr euch noch erinnert. Wo die Leiche drin lag. Das könnte vielleicht auch ein Angelspot sein. Aber da wüsste ich nicht, wo die gegenüberliegende Seite sein soll. Hier ist ganz klar. Hier ist ein kleiner See. Und da gibt es auch ein Ufer auf der gegenüberliegenden Seite. Insofern könnte das passen. Und ein weiteres muss uns... Muss uns... Zu dem Schiff führen. Ansonsten gehen wir da so hin, weil... Die werden doch nicht dieses Schifffrack da einfach eingebaut haben. Da war noch gar nichts. Keine Quest hat uns da in irgendeiner Form hingeführt. Und wie mir ja mal... Ich glaube von Andy... Grüße gehen raus. Liebe von dem in den Kommentaren mitgefallen ist. Führt ja... Das Spiel durch Quests ein... Quasi überall hin. Schauen wir mal, ob dem so ist. So. Da, das ist eindeutig die Angelhütte. Komm, erzähl mir nix. Das ist zum Angeln dort. Das sehe ich doch sofort mit meinem... Ich als Profi-Angler. Sehe sofort, dass das eine Angelhütte ist. Und es gibt ein Gegenüber. Und das Wichtigste... Es gibt Blutfliegen. Äh, krat mal. Krat mal. Und auch der kleine Scavenger ist wieder da. Hallo. Hier wird nur noch Wong gehittet. So. War das... Das war jetzt der Schnack. Ich glaube wir mussten auf die gegenüberliegende Seite. Ich gucke erstmal im Haus. Vielleicht ist ja da doch was drin. Nö. Hier haben wir mal gespeichert, wenn ihr euch noch erinnert. Ich habe hier mal gespeichert und Break gemacht. Gut, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da werden wir definitiv... Ups. Oh, jetzt geht das wieder los. Werden wir definitiv einen Lurker finden. Oh, die Kamera auch. Ist das so... Wie tief ist denn das hier? Das ist ganz schön tief. Oh, oh. Das ist wirklich ein See. Nein, bleibt doch oben, Digga. Danke. Das ist tiefer als gedacht hier. Das ist definitiv ein See. Oh, gucken wir doch mal, ob wir auf der gegenüberliegenden Seite jetzt ein Buch finden. Da ist es. Hundertprozentig. Wir haben einen richtigen Lauf. Altes Buch. Gut. Schauen wir mal, was dort wieder drin steht. Hoffentlich etwas Verständliches. Noch ist es nicht peinlich für mich, muss ich sagen. Chromanin 4. Wer hat das Buch gefunden? Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Chromanin selbst zu erleben. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klagens. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Ja, komm, Digga. Wenn das mal jetzt nicht unser Schiff ist. An Bord des Schiffes. Ich wusste es doch. Einmal Schiff muss schon sein. Wir sind jetzt bei Folge 90. Let's go. Okay, dann machen wir uns auf zum Schiff. Tja, wie geht man denn da jetzt am besten hin? Sumpflager? Ist das schneller als jetzt eben hier mit einem Geschwindigkeitstrank? Ich glaube nicht unbedingt. Oder? Na, komm, wir latschen. Oder doch? Ne, ich glaube, Sumpflager geht es schneller. Ich mache eben das Ding hier noch platt und dann gehen wir zum Sumpflager. Ne. Okay, Magie. Euer mal zum Sumpflager. Kann ich da mal vorbei. Steck die Waffe weg. Morra. Ein anderer Teil. Brauche ich mich auch schon drauf. Weg mit der Waffe, Morra. So, ich penne nochmal eben wieder kurz. Einfach fürs gute Gefühl. Hey, du. Verschwinde aus meiner Hütte oder ich rufe die Wachen. Ja, ja, ja. Ist doch gut. Ich wollte nur, dass wieder Tag ist, weißt du. Ich bin lieber tagsüber unterwegs. Das ist mir einfach angenehmer. So. Dum, 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 dum. Ups. Läuft doch. Jetzt müssen wir nur das kleine Sumpflager verlassen. Eben die Verlassung einleiten. Den Hügel hoch. Richtung. Ja, Richtung Turm ja eigentlich wieder. Das ist ja dann nebendran einfach runter. So, hallo. Moin, moin. Frohe, dass die wenigstens nett zu mir sind und mir nicht auf die Fresse hauen, ne? Dann brauchen wir jetzt einen Geschwindigkeitstrank. Bitte. Ruhig den guten. Zwei Minuten, ja. Ruhig den guten, den mit zwei Minuten. Und wir rennen. Wir rennen. Fleißig und munter. Den Hügel rauf, den Hügel runter. Auf der, oh oh. Auf der Suche nach einem Schiff. Dessen Ladung man vermisst. Ne, passt nicht. Na, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Lyrisch geht da noch was, ne? Kann man noch verbessern, aber wir arbeiten noch dran. Ich muss sagen, so mit diesen dichten Baumkronen wirkt der Baum, äh, der Baum, der Wald, Weidiger. Das gefällt mir echt ganz gut. Das gefällt mir besser als mit dem, super, du kannst überall hingucken, Shader. War denn da überhaupt oben Waldkronen? Ich erinnere mich ohne Scheiß nicht mehr dran, wie es vorher aussah. Wenn jetzt nur diese Ladewände weg wären. Aber, muss man sagen, technisch ein cooler, cooler Trick, ne? Haben die sich ganz geil überlegt eigentlich. So konnte man sowas auf gräudige Hardware von damals realisieren. Einfach die Hälfte nicht anzeigen. Hallo. Während er da so futtert, kommt da einer an, knallt ihn one hit weg. So, hier ist wieder der Turm. Hier ist Feuer. Ach, da hab ich mal meine Fackel fallen lassen. Jaja, lange ist es her. Die liegt hier immer noch rum. Und hier geht es jetzt zum Strand hinab. Und ich denke mal, an Bord des Schiffes werden wir das Buch finden. Hoffentlich. Oh, Feuerwerane. Oh oh. Da hab ich ja ein bisschen Angst, ne? Hab ich ja doch ein bisschen Respekt erfüllt, muss ich sagen. Okay, der Respekt war unbegründet. Aber, naja. Kann man ja trotzdem mal machen. Gib mir all deinen Krams. Gib mir all deinen Krams. Vielleicht brauchen wir es ja doch noch. Wer weiß. Oh, hier knarscht es sogar. Ist es am Knarschen. Hier gibt es noch ein Bier. Und Wein. Und noch mehr Feuerwarane. Ja, moin. Was macht ihr denn hier? Ich kann ja mal versuchen, über Distanz jetzt zu campen, ne? Bin ja jetzt ein guter Fernkämpfer. Oh oh. Ich find's schön, wie er so einen kleinen Tanz macht. Oh oh. Oh oh. Wenn sie dann angreifen, dann aber ordentlich, Alter. Dann gibt's aber... Dann gibt's einen drauf. Ups. Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab irgendwie Boxen gestartet. Wollt eigentlich nur schnell looten. Schnell loot. Fast loot aktivieren. So. Wo ist das Buch? Wo mag das Buch sein? Hier ist kein Buch. Da ist kein Buch. Kommt man hier irgendwo rein? Wo ist das Buch? Where is the book? Where is the... Da is the book. Altes Buch. Dün. Dann schauen wir mal, was dort geschrieben steht. Und wo es uns als nächstes hinführt. Ich hab das Buch gefunden. Doch soll ich nicht allein diesen Weg beschreiten? Diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss mich fügen. Und die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen. Mit dem Würdigen, die da kommen werden. Mich zu finden. Hoffentlich kommen sie bald. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Gut. Die Antwort ist einfach. Wir müssen zurück in den Turm. Dann würde ich sagen, bevor wir in den Turm zurückgehen, gönnen wir uns nochmal wieder ein paar Fleischkollen, dass wir einmal geheilt sind. Alter, jetzt lohnt es sich aber wirklich nicht mehr, ne? Jetzt macht es echt keinen Spaß mehr. Und dann gehen wir zurück in den Turm und müssen wahrscheinlich die gleiche Stelle nochmal wiederfinden, wo wir zuvor den Jude gefunden haben. Das heißt, ich werde ihn nicht mehr finden. Geben wir einfach rein und dann durchwühle ich wieder alle Gänge, bis mich irgendwas angreift, ne? Aber so werden wir es tun. Weichern wir diesen Fortschritt erstmal noch und gebe ihm. Und danach, wenn wir das gemacht haben, ist es soweit. Dann geht es zurück in die Orkstadt und zurück in den Tempel des Schläfers. Mit dieser Waffe werden wir hoffentlich den Typen platt machen. Mal gucken, ob wieder neue Gegner gespawnt sind. Oder ob wir dann einfach durchspazieren können bis zum bitteren Ende. Das wird sich ja dann zeugen. So, rein in den Turm. The Turm again. Okay, hier lang, hier lang. Dann hier lang. Wir folgen dem Meeresrauschen. Ja, dann ging es irgendwo hin. Keine Ahnung. Hätten wir es schon schaffen. Verschiedenes. Dämonen, Schlüssel, Fackel. Buff. So, let's go. Gehen wir mal wieder hinab. Dorthin, wo alles begann. Folgen wir meinen alten Fackeln. Ich weiß, man kann die wieder einsammeln. Aber, who cares, ne? So, ich gehe mal hier lang. Dann da lang. Dann. Tja, kein Plan, Mann. Gehen wir mal hier lang. Das könnte es vielleicht sogar schon sein. Da ist eine Leiche. Das ist das sechste Buch. Verrückt. Okay, das ging schneller als gedacht. Wir lesen es gleich mal. Okay, erst mal speichern. You never know what's happening now. So. Chromanin 6. Zack. Oh, scheiße. Okay, wir sind in einer Falle gelaufen. Das kam etwas unerwartet. Gebe ich zu. Also gut, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Nicht unbedingt. Man hätte schon damit rechnen können, dass das hier eine Falle ist. So, hier wird irgendwie gezaubert. Ach, guck mal. Der Biscuit zaubert. Der zaubert neue Skelette hervor. Ich mache den erstmal platt. Erst den Magier. Damit der aufhört, weiter Skelette zu spawnen. Dann die Skelette. Leute, kommt schon. Lasst euch doch mal einfach... Oh, und die sind verdammt stabil. Hashtag Realtalk, oder? Das war's jetzt. Ich habe keine legendäre Waffe oder sowas bekommen. Ich wurde einfach nur verarscht. Dafür bin ich jetzt durch die ganze Gegend nochmal gelatscht. Ja, Ehre. Na gut. Kann man mal machen, würde ich sagen. Kann man mal... Kann man sich mal gönnen. Joa. Ja, gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Leute. Dann ist es nun soweit. Dann machen wir uns jetzt auf zurück zur Orkstadt. Und werden dort dann zurück in den Tempel des Schläfers gehen. Jetzt verlassen wir erstmal wieder den Turm. Ich gehe einfach von hier los, ne. Ganz ehrlich. Wir könnten uns jetzt... Ja, wir können uns auch in den Sumpflager teleportieren und von da losgehen. Aber wir können auch eben aus dem Turm hier wieder rausgehen. Und dann latschen wir den Hügel runter. Am alten Lager vorbei. Rein in das Orkgebiet. Und dann können wir nämlich so direkt zur Orkstadt latschen. In den Tempel zurück. Und dann gucken wir mal, was abgeht. Ich bin aufgeregt. Und dann geht es langsam in Richtung Ende. Ich glaube es noch gar nicht. Dann haben wir es geschafft. Dann habe ich Ghost League 1 durchgespielt. Ganz ohne Marvin Mode. Und das wirklich alles dank eurer Hilfe. Ohne euch hätte ich das nicht so gut hinbekommen. Da wäre es wieder in Marvin Mode geendet. Und wenn man ehrlich ist, ist es voll unnötig. Man muss sich einfach nur kurz mit dem Kampfsystem beschäftigen. Was habe ich früher halt nicht gemacht? Ich war ein kleiner, ungeduldiger Fuchs. Hab halt immer die Tasten gespammt. Die Tasten gehämmert. Wie so ein Irrer. Und dann geht das natürlich nicht. Ganz klar. Wie soll das denn funktionieren? Ah cool. Erreit nicht, dass ich keine Fackel mehr trage. Was? Nice. Könnt ihr? Ist egal. Du Hetti, dann sammle ich die wieder auf. Dann passt es schon. Nehmen wir die wieder auf. So. Komm. Dann kannst du auch wieder eine Fackel tragen. Warum denn nicht? Lauf ruhig mit einer Fackel durch die Gegend. Sieht doch schön aus. Es sieht doch schön aus. Vielleicht können wir die wegstecken. Warte mal. Verschiedenes. Da. Guck mal. Und schon hat er auch nicht mehr die Fackel so blöd in der Hand. Alles cool. Auf geht's Richtung Orkgebiet. Da sehe ich noch einen Snapper. Einen Snapper, der sich seine Krallen zerbeißt. Hallo. Die sind echt stabil, die Biester. Die gehen nicht mal one hit down. Mit unserer Superwaffe. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht aufgebraucht. Nachher durfte man die nicht benutzen. Mit jedem Schlag habe ich ihre Energie aufgezehrt. Und jetzt kommen wir gleich bei dem Typen an. Und der ist immer noch unsterblich, weil die Waffe nicht mehr aufgeladen ist. Wäre witzig. Wäre so eine klassische Blaufunktaktion irgendwie. Ja, ja, ja. Sei doch mal still. Ich muss ins Orkgebiet. Ich habe keine Zeit jetzt hier, um mich mit Kropzeug zu beschäftigen. wir werden jetzt wahrscheinlich ein letztes mal durch die kolonie latschen deswegen ich mache jetzt auch nicht den renn zauber ich genieße jetzt gerade noch mal wie wir ein letztes mal hier durchschlendern am alten lager vorbei ach schön du kann ich da mal vorbei corona ist vorbei fragezeichen nee das danke siri danke danke siri war doch klar dass das so läuft siri ist gut hier war der nächste war das diego diego ist kumpel diego greift uns nicht an diego moin bin richtig krasser dude geworden ne hau rein ich werde uns eben befreien ja und danach gehen wir ordentlich einsaufen ordentlich eins auf so viel fleisch am start das wird super werden vertraue mir diego das wird eine neise sache eine richtig neise sache die 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 ich wollte noch mal den sound ein bisschen nachmachen genießt ein letztes mal die vögel und da sterben sie wieder da war noch jemand in der höhle drin warte genau gesehen genau gesehen wie hier noch so eine model rat am start ist ihr habt gedacht ihr kommt an mir vorbei ne niemals niemals so ok weiter geht's man muss ja echt sagen inzwischen leben ja nicht mehr allzu viel in dieser mine aber bei gut geht eigentlich in der kolonie und überlegt die gesamte freie mine theoretisch alle die da noch sind die paar verbliebenen also gorn wahrscheinlich dass ich immer noch übelst die biere rein zwirbelt weil ja nichts zu tun johann ist gut dann natürlich der orkschamane noch die normalen bewohner des alten lagers die haben wir ja nicht alle abgeschlachtet und das komplette neue lager und das sumpflagern da sind doch noch ganz schön viele gut meine lieben ihr hört den honk reden und ihr wisst was das bedeutet wir machen doch an dieser stelle erstmal so ganz kleinen gemütlichen break wenn euch das ganze gefallen oder nicht gefallen hat lasst das spreche däumlein da kommentar und feedback natürlich wie man gerne unter dem video posten und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten part wieder und werden hier richtung orkstadt gehen bis dahin euch viel Spaß beim zocken tschüss euer blau fuchs bis zum nächsten Mal